Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Mythen aus Mittelerde. Heute werden wir uns eines der zahlreichen Bauwerke, welche von den mächtigen Nachfahren der Numenora errichtet wurden, genauer ansehen. Gemeint ist jenes Monument der Menschen, das für mehrere Jahrtausende über die Pforte von Rohan wachte, die alte Festung von Isengard. Wir wollen euch zeigen, was es mit dieser Bastionsanlage auf sich hat, wie sie entstand und wie der Turm von Orthanc in die Hände des Weißen Zauberers fiel. Und nun ohne weiteres viel Spaß beim Video. Isengard wurde zu Beginn des Dritten Zeitalters von den südlichen Dunedain errichtet, jenen Numenoran, welche dem Untergang ihrer Heimat entgingen und das Königreich Gondor gründeten. Durch die günstige Position war Isengard ideal dazu geeignet, die westlichen Ländereien des späteren Rohan zwischen dem Nebel und dem Weißen Gebirge, bekannt als Pforte von Rohan, sowie die Furten des Flusses Isen zu bewachen. Die Festung, welche in einem kleinen Tal in den südlichen Ausläufern des Nebelgebirges lag, war von einem kreisrunden Wall aus natürlichem, schwarzem Gebirgsstein umringt, welcher zu allen Seiten hin viele Meter breit war. Der einzige Zugang führte durch einen im Süden in das Gestein geschlagenen Tunnel, welcher an beiden Enden von einem mächtigen eisernen Tor versperrt wurde. Die Ebene von Isengard war ca. 1,6 Kilometer breit und umfasste somit eine Fläche von etwas mehr als zwei Quadratkilometern. Die Dunedain hegten Obstgärten und Blumen, welche von ins Tal fließenden Bergquellen bewässert wurden. Zudem legten sie viele von Bäumen gesäumten Wegen an. Im Zentrum von Isengard war der ca. 150 Meter hohe Orthank errichtet worden. Ein gewaltiger, schwarzglänzender Turm, der zu einem der großen Bauwerke der Dunedain aus den alten Zeiten gehörte. Denn aus welchem Material er gebaut wurde und wie ihn die großen Baumeister Numenors geschaffen haben, ist längst vergessenes Wissen. Der Orthank bestand aus vier vieleckigen Säulen, welche an ihren Innenseiten miteinander verbunden waren. Nach oben hin verjüngte sich der Turm etwas und die Pfeiler trennten sich schließlich in vier scharfe, spitz zulaufende Zacken. Die sich dazwischen befindende Plattform, die nur über eine schmale Treppe zu erreichen war und in welcher altertümliche Runen eingraviert waren, bot einen fantastischen Ausblick über die gesamte Ebene, man nutzte sie jedoch auch für astronomische Zwecke. Vielen großen Fürsten, Kriegern und Menschen von Rang und Namen diente Isengard einst als Wohnsitz und Residenz und über den Palantir, welcher sich im Orthankturm befand, hielt Gondor Kontakt mit dem Schwesterkönigreich Arnor im Norden. Über 2800 Jahre lang blieb Isengard unter der Herrschaft des südlichen Exilreichs. Als jedoch im Jahre 1636 des Dritten Zeitalters die große Pest über Mittelerde hereinbrach und die Könige 215 Jahre später einen jahrzehntelangen Krieg gegen die Ost- und Südländer führten, ging die Bevölkerung des südlichen Exilreiches der Numinora stark zurück. Im Jahre 2510 des Dritten Zeitalters trat Gondor die gesamte Ebene von Kalinadron, also den Herrschaftsteil nördlich des Weißen Gebirges, an die Rohirrim ab. Isengard blieb zwar weiterhin unter der Kontrolle Gondors und die Truchsässe behielten die Schlüssel zum Orthank, jedoch war die Feste unbemannt und fiel in Bedeutungslosigkeit. Deshalb ist es auch nicht von Belang, dass sich ein Trupp der Dunländer ab 2700 des Dritten Zeitalters für 59 Jahre im Ring Isengards verschanzte, bis sie von den Pferdeherren vertrieben wurden. Doch auch andere hatten ein Auge auf die strategisch gute Befestigung und den unzerstörbaren Turm von Orthank geworfen. Saruman, der Höchste der Istari und Vorsitzender des Weißen Rats, erhielt noch im selben Jahr die Schlüssel zum Orthank und ließ sich in Isengard häuslich nieder. Über die nächsten Jahrzehnte pflegte er in seiner neuen Festung ein enges Bündnis mit den Menschen Gondors und Rohans und begann die Kunde der Ringe der Macht zu studieren. Über die Zeit fing Saruman jedoch an, den Einen selbst zu begehren und zu suchen. Die Anfänge seines Verrats waren gelegt. Im Jahre 2953 des Dritten Zeitalters erklärte der Weiße Zauberer Isengard als sein Eigen und begann mit Renovierungen und Umbauten. Die Gärten und Wiesen im Inneren der Festung wurden umgegraben und die Straßen gepflastert. Die Bäume, welche einst jene Wege säumten und schöne Alleen gebildet hatten, wurden gefällt und durch große, von eisernen Ketten verbundenen Säulen ersetzt. Die Behausungen für Diener, Krieger und Sklaven wurden an der Innenseite des großen Gebirgswalds errichtet oder sogar in ihn hineingemeißelt. Der Beschäftigungsraum seiner Arbeiter und Sklaven, welche meistens vom üblen Volke der Orks waren, befand sich jedoch unterirdisch. Denn über viele Schächte und Wendeltreppen, welche oberhalb durch Steinplatten und Erdhügel abgedeckt wurden, gelangte man ins eigentliche Reich Sarumans. Hier befanden sich die unzähligen Verliese, Wolfsställe, Schatz- und Vorratskammern sowie die teils automatisierten Schmieden. Abzugsschächte und Schlote stießen rund um die Uhr giftige Dämpfe aus und verpesteten die Luft. Im Falle eines Angriffs konnte Saruman große unterirdische Verteidigungsmaschinen vom Orthanc aus steuern, um über eben diese Öffnungen Feuer und giftige Gase gegen den Feind einzusetzen. Isengard, die einst schöne und idyllische Festung Gondors, war nicht wiederzuerkennen. Eine unwirkliche, graue Einöde, eine billige Nachahmung des dunklen Turms Barad-Dur. Orks und Dunländer waren in Sarumans Diensten. Aus ihnen züchtete er mittels dunkler Magie größere und stärkere Lakaien, wie Bilvis-Menschen und Uruk-Kai. Über 56 Jahre lang ward Isengard in den Händen des verkommenen und verräterischen Ishtar. Die Spione und Gefolgsmänner Sarumans waren in ganz Rohan und in Ria-Dur unterwegs und aus dem nahegelegenen Fangornwald wurden Vorräte an Brenn- und Bauholz herangeschafft. Doch so lenkte der Zauberer den Zorn von Mächten auf sich, die seine Kräfte bei weitem übertrafen. Die Onodrim, uralte Hüter der Bäume, von den Menschen zuweilen Enns genannt, waren es, welche am Ende des dritten Zeitalters im Frühling des Jahres 3019 entscheidend in die Geschichte des Ringkrieges mit eingreifen sollten. Angespornt durch die zwei Halblinge Merry und Pippin setzten sich ca. 50 Enns und einige hundert Huans aus dem Fangornwald in Bewegung, den Machenschaften Sarumans ein Ende zu setzen. Gerade als Isengard auf dem Höhepunkt seiner Macht von den eigenen Streitkräften entblößt wurde, sah Baumbart, der Anführer der Enns, den Zeitpunkt gekommen. Binnen Minuten brachen sie durch den jahrtausendealten Gebirgswall, den Stein in kleine Stücke zersplitternd, Weder die Wachen noch die Maschinen Sarumans nützten viel gegen die Baumriesen und erzürnten sie nur noch weiter, bis sie in tobender Raserei alles niedermachten, was ihnen nicht passte. Schlussendlich wurde alles, was von Isengard noch übrig war, von den Wassern des Flusses Isen überschwemmt und die Verunreinigung der letzten Jahre hinfortgespült. Noch im selben Jahr hörte Saruman auf, sich im Ohrfang zu verschanzen und gab dem Schlüssel jenes Turmes seinen Feinden. Mit der Erlaubnis Baumbarts verließ er das Land und sein Einfluss auf die einstige Burg der Dunedain endete. Im vierten Zeitalter rissen die Waldhüter den Festungsring schließlich ganz ab, pflanzten um den Ohrfang herum viele Obstgärten und bewaldeten ihn wieder. So wurde Isengard am Ende wieder zu jenem naturverbundenen und grünen Ort, der er einst war. Und damit neigt sich ein weiteres Video seinem Ende zu. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt sie uns einfach in die Kommentare. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag, sagen bis bald und auf Wiedersehen. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag.